fit board oder botfit ich was sagen wir machen ein eigenes fitnessstudio nennen das botfit und es dürfen nur Roboter mitmachen ja braucht ihr etwas aufmunterung vielleicht hilft das blue du bist das beste roboter modell dessen entwicklung apatür science je eingestellt hat ich glaube wir müssen irgendwie gleichzeitig ah ja guck mal du nimmst an den ich nimm den warte mal äh hier Mensch wie hoch muss ich das machen weißt du das zufällig warte mal ich glaube diese so ne ok dann machen wir mal ich hab aus Versehen ok bei 3 steigen oh was ist mit hier los bist du besoffen oder was ok bei 3 1 2 3 hier ist eine box hier ist eine box für den laser ich geh da lieber weg du wirst gleich geklatscht wieso na guck mal oh die kommen übernäher das hab ich gar nicht gesehen zuerst ja genau äh gut jetzt was ist das hier oh ich dachte wenn ich mich ducke geht's die ich diese test noch einfacher machen kann ja guck mal bombastisch bombastisch ja ich hab's ja ich hab's hingelegt aber das reicht von der höhe nicht Moment ich muss auch wieder weg hallo hallo schnell ja beeil dich mal kann ich weg ein schluss was ich machen muss ja fuck grad wollte ich weg machen die brecher die euch zermalmen oder die remontageeinheit die euch neu montiert damit ihr wieder zermalmt werden könnt da oben da kommt man nirgendwo hin da kommt man nirgendwo hin das fährt nur bis hier bis zu der Höhe und fährt dich und fährt dich hmmm Moment ich glaube ich mach's so nee das nee nee du musst dein Portal nee gut das blau das dunkelblau stimmt schon das hellblau muss hier hin wohin hier wo ich jetzt stehe ah ok I understand und der Laser muss jetzt halt das ist beeil dich Moment ok ich bin hier äh drüben wo drüben ach da ach guck mal die Dinger sind jetzt aus ok ja gut ich hab den Portal gestört aber egal ah hab's nicht gesehen da flieg du mal gegen die Wand jo genau diesmal ahja zerbatscht weg hopp ja ich hab schon drauf ähm das machen wir jetzt hast du bei dir ne weiße Wand irgendwo irgendwie nicht ich hab auch gedacht da wär ne weiße Wand aber irgendwie ne warte lass den Tüter raus warte lass den Tüter raus gibt's hier zwei ach ja ey ein bisschen die kiste ja die müssen wir gegen die wandschreiter warte ich hab dir Porto gemacht nö ist egal im Prinzip könnte man hier eins hinsetzen und da ne geht nicht na gut ich schmeiß ihn mal hin schnell 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 ja du sollst ja vielleicht ein Portal reinmachen dann ja da kann man da meine blauen sind und dann direkt über das Prozent über diese Tür ja stimmt logisch na gut noch einen Versuch na sorry wollte ich nicht geht das auch mal weg so jetzt nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht ja ja die russischen polnischen und arabischen Dinger da machen wir ja genau die so selbst gemordet sind und so ja ja man kann auch Maps runterladen also ist soweit ich weiß mhm für diesen Test müssen wir nur noch die Projektpläne finden keine Aufregung sie nützen niemandem sie sind völlig langweilig und wertlos dies ist ein Experiment um herauszufinden wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet die richtige Antwort lautet 0 Sekunden wow was geht hier ey richtiges Kraftwerk wort gefuck äh das ist die Frage was soll ich äh ja ja ach guck mal da geht da gibt's Treppen runter mhm die irgendwo hin und das hat die nur zum Spaß die sind zum Zeitschinden da ja ich komm mir so runter wenn wegen Luftdruck so zermalmt ja da geht's weiter wow na los fliegen so ok ja ja hab ich wieso ja Sonst hättest du eben ganz schnell wieder herkommen können. Hm. Aber hier irgendwo runtergesprungen. Ah, okay. Tschüss. Oh. Etwas weit. Wo bist'n da hinten gelandet? Ist das noch richtig? Warten nicht die Portale wecken. Zu spät. Ich will das. Wow. Hm. Gibt's hier was? Ah, einer muss zwang und einer muss zus. Muss ich zurück? Jaja, du musst zurück. Na, super. Super. Wir müssen wieder richtig treiben. Und... Ja, setz mal deins auf die zwei. Dein Portal. Und wenn ich jetzt springe, dann kommt hier ne Kiste raus. Hier aus... ...dem Ding. Und du musst sie dann fangen im Flug. Okay. Okay. Ähm, gut. Also die fliegt nur hier hoch einfach ein bisschen. Das heißt, du musst durch dein Portal anspringen. Und... Ja. Warte ich zuerst. Jetzt... Warte ich muss mir das angucken erstmal. Hä? Ich hab' keine Kiste gesehen. Guck gleich. Ah, ja. Eins, zwei, drei. Okay, I see. I see what you did there. Gut, ich springe. Irgendwie hilft er bei mir auch gar nicht. Da ist er nicht geflogen. Ja, ja, ich sehe das. Du musst vielleicht dein Portal sein Gericht stellen. Ja, ich schick nochmal. Hm. Ne, ich glaub da was beim... äh... auf die Piepser halt. Was für Piepser? Hast du nicht so'n Piep, Piep? Hast du Teenie-Tuss oder was? Nein, ich hör' keine Piepen. Nein, ich hör' keine Piepen. Oh, ich hab' dein Portal unten weggemacht. Komm, wir tauschen einfach vorne. Finde ich gut. Ich springe den Portal und du nimmst das andere. Okay, ich hüpfe einfach mal. Wuuuhuu. Na, ist so früh. Ja, springen. Na, so wird's gemacht. Hast du? Ja. Okay. Wow! Mach keinen Scheiß, Mann! Ach was? Jo. Wo bist du überhaupt hin? Haha, grillt er sich sehr... Jo, höh auf! Ähm... Passiert direkt was. Geh mal ein bisschen zur Seite... Aber da? Ich dachte nach rechtsseite. Warte mal, guck mal. Geh mal nach rechts. Guck mal, der Propeller hat aufgehört zu drehen. Der Ventilator hat... Ja, Moment. Ähm... Halt mal! Hast du? Ja. Jetzt. So, ich seh hier nicht viel, muss ich sagen. Aber hier ist ne Tür, Moment. Autorisiertes Personal nur. Setz vielleicht erstmal ein Portal, dass ich da auch rein kann. Na, hier ist keine... Ah, doch. Ne, ne, vor der Wand. Da war ja die blaue Wand, durch die du glaubst. Hier irgendwo. Na, hier ist nix weißes. Hier ist alles schwarz. Ja gut, die muss nicht weiß sein. Die muss aber nur irgendwie... Hier ist nix. Ich kann dich nur in die blaue Wand holen. Wenn schon. Ja, aber das geht ja nicht. Moment, Moment, Moment. Ich such mal vielleicht im Boden. Im Boden vielleicht. Wait. Ich such grad... Wo gibt's weiße Wände bei dir? Ja. Moment, ich... Na mal, da ist genau vor dir auf dem Boden. Jetzt. Geht nicht. Nö. Das Problem ist, bei dir ist auch gar kein, ähm... Ah, warte mal. Hier. Eventuell seh ich von hier was. Hm. Ja, durchs Glas geht nicht. Doch, ich kann dich nicht lasern. Hier aus. You may rock with robots, but you can't take a... bullet like one. Ah, gucke mal. So. Ähm... Nicht in den Ventilator-Schaum gehen, sondern... Bleib mal kurz weg. Ich muss zurückkommen. Das hat so keinen Wert, glaube ich. Oder? Ja, scheint so. Moment. Na gut, kannst du irgendwo was hinsetzen? Ja, guck doch mal. Machen wir Tabulator. Hier habe ich zum Beispiel eins und dann komme ich hier... Guck mal, hier ist ein Fanshotdown-Dings. Wenn wir dann also, ähm... Bei dir irgendwo noch ein Blouse machen können, dann kannst du den auch von hier... Shutdown quasi. Oder sowas. You know what I mean? Shut den mal down, ich komme zurück, wenn das geht. Ja, super. Was ist das? Okay. Ich schaue mir nur kurz an. Wie ist hier aus? Ja, genau. Hier kann... Ah, ist immer einer. Wo bist du? Ich checke zwar nicht, wo du bist, aber... Komm mal zurück. Ich habe was. So. Halt mal... Mach mal den Ventilator. Ne, warte, stopp. Bevor du den Ventilator ausschaltest. Ähm... Mach mir die Portale, dass ich springen kann. Das steht schon. Und jetzt... Jetzt kann ich hüpfen. Okay, dann mach nochmal aus. Ne, hüpf mal so. Ja, ja. Vielleicht schaffst du es ja. Du darfst halt nicht durch die blaue Tür gehen. Wenn du durch die... Also durch die blaue... Da auch noch kein... Durch die Wand. Weil dann geht dein Portal hier weg. Hm. Fuck. Stimmt ja. Du musst irgendwo im Ventilator auf dem Portal setzen können. Nein, darum ging es mir gar nicht. Ich dachte, weil... Es gibt, ähm... Im Raum danach... Gibt es ja diese Möglichkeit, ähm... Wie heißt das? Ähm... Da war doch auch... Ähm... Auszuschalten. Auszuschalten. Genau, durch ein Portal. Da dachte ich... Dann gehst du so einen Schritt drüber... Und dann können wir dann irgendwie so da durchmachen. Oh. Er muss noch eine Gedankenlücke. Upsala. Ich mach dir das Portal, oder was? Ne, du hältst nur den Laser... äh... Ventilator aus. Und auf. Aus. 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 Jetzt. Oh, sorry! Stopp! Ja, zu spät. Ich hab die Maus aus Versehen. Ich hab die Hände vom Tisch. Moment. So, was gibt's hier? So, was gibt's hier? Hier ist ein Laser, okay. So, wir schauen dir jetzt mal zu. Ja. 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 Ja, ich weiß. Ja, du kannst mit dem Laser hier hinziehen. Eher nicht. Warte. Ich glaub ich weiß wie. Warte. Warte. Dorthin muss ein Portal von dir und du musst in eine Wand lasern. wo muss ne... Du meinst hier? Warte. Nein, dort. Dort, wo's du wohnt ist. Da. Hab. Und jetzt noch in... genau. Und jetzt? Und jetzt noch in die Wand dort, wo der Laser jetzt hin geht. Ja. Jetzt hab ich hier den Laser. Und da ist etwas zu hoch. Ja. Moment. Sorry. Jetzt hat's auch geklappt. Ja. Der müsste jetzt aus sein. Okay, jetzt mach ich mir die... die, 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 die. Moment. So, jetzt hat's auch geklappt. Alter. Kann ja auch ein bisschen schneller laufen, diese Roboter. Nee, ne. Bei 3, 1, 2, 3. Boah, wenig dunkel hier. Wieso läuft danach eigentlich schneller als meiner? Oder kommen wir das nur so vor? Ich schnaufe nirgendwo dagegen. Ich auch nicht. Dönert Upload TV 237 Schematics. Wieso mit SCH geschrieben? Ah, guck mal, da oben hier. Summe und so hier, ne. Hier. F-Funktion, so'n Scheiß. Oh, hasse ich sowas. Ja, InstaDisc. Ey, ich hab' in... ich hab' nur Disc. Dann leg mal ein. Sehr gut. Ihr habt die wertlosen Pläne gefunden. Ihr müsst hier bleiben, damit ich sie sehen kann. Und nicht vergessen, es gibt überhaupt keinen Grund, dass ihr sie euch anseht. Ich will aber... Fertig. Denke ich jedenfalls. Ich habe nicht so... Na super, wurden wieder zerstört, ey. Hm. Wir mussten zu viel. Ja. Und mussten eliminiert werden. Mhm. Ok. Ok.